Oh ein Junge, Shady Shades wieder am Start. Willkommen mal zu meinem neuen Video. So. Fangen wir mal an. Also, es geht halt um Verbaus-Objekte in diesem Video, wie man damit tradet. Gehen wir jetzt auf die Transferliste. Schauen nach. Transfermarkt. Maximal preis 900. Betriebe rein. Normalität Gold. So. Nicht die, sondern wir brauchen die Mannschaft. Fitness-Objekte. Mal was das denn wieder. Hä? Ich lade mal die Seite neu. Oder? Jetzt klappt's. So. Seite 2. Was lädt jetzt schon wieder hin? Der Himmel hat schon voll. Jetzt klappt's wieder. Wieso was denn los? Ähm. Oh, egal. Sex ist auf meiner Beobachtung, das dauert jetzt zu lange. ich will es noch einmal nein ok also wir gehen mal auf meine transferliste hier seht ihr dass ich vier stücke verkauft habe ich habe die halt für eine stunde reingestellt sofortkaufpreis 1200 und startpreis ist 1100 und ich habe die wegbekommen und hier sind auch welche die nicht verkauft wurden also es werden immer ein paar verkauft aber ist egal alle werden auf jeden fall nach 5 stunden verkauft so ihr kauft die verträge so wie ihr es bei mir seht gekauft für 900 aber ihr kauft es so ungefähr bis zu 950 und stellt es dann halt so teuer wie hier rein und die kommen dann im weg und ja das war es dann eigentlich auch mit dem Trading ich würde mich über ein Abo und Daumen hoch freuen weil ich schon geschehen